Residenzschloß Rundgang Die Gebäude der Schlossanlage gruppieren sich um drei Innenhöfe. Der große Schlosshof stammt aus der Zeit von Kurfürst Moritz und wurde zwischen 1548 und 1556 im Stil der früheren Renaissance erbaut. Der Kurfürst ließ eigens Handwerker aus Italien kommen, um den Scraffito-Schmuck an der Fassade zu gestalten. Der kleine Schlosshof, der heute überdacht ist, stammt aus der Spätphase der Renaissance. Der dritte Hof, der sogenannte Wirtschaftshof, entstand um 1900. Der Rundgang beginnt am Georgenbau mit seiner prächtigen Renaissance-Fassade und dem Reiterstand Bildgeorgs des Bärtigen. Nach dem Passieren des Durchgangs liegt rechter Hand der Ostflügel mit dem reich geschmückten Giebel. Weniger auffallend ist dagegen der Südflügel mit dem Treppenturm in der Ecke. Seit seiner Renovierung beherbergt der ehemalige Herrschaftssitz der Weltiner gleich mehrere Museen. Das historische Gewölbe und das neue grüne Gewölbe, das Münzkabinett, die Rüstkammer und die umfangreiche staatliche Kunstsammlung Dresden. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.